So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Video zu CSGO und zwar gibt es Big News. Es gibt eine neue Operation, die Operation Shattered Web. Dazu kommen wir gleich. Ich will erstmal hier alles durchgehen, was es so an Neuigkeiten gibt und dann schauen wir uns genau an, was der Pass kostet und was der Pass beinhaltet oder der Operation Pass. Jo, dann sage ich mal, wir fangen an. Es gibt jetzt Skins für die Spieler. Was ich ziemlich krass finde. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, gut, das war ja klar irgendwie, dass es irgendwann kommt, nachdem auch Handschuhe gekommen sind. Ihr schreibt auf jeden Fall mal generell in die Kommentare, was ihr zu all Sachen haltet. Interessiert mich auf jeden Fall riesig. Hier gibt es auch verschiedene Conditions, also Blau, Purple, Pink. Hier Blau sind eben einfache, die man ausrüsten kann, auch im Wettkampf. Also tatsächlich kann man dann im Wettkampf spezielle Skins auch anziehen. In allen Spielmodis sind die verfügbar. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier gibt es bis Red, das ist der Dr. Romanov Sabre. Dragomir Sabre ist Purple. Purple, Blau. Das sind Standard-Skins wahrscheinlich. Und die Roten, also der Rote hat dann glaube ich auch sogar ein extra Emote. Dazu kommen wir jetzt auch. Hier gibt es, wenn die gewinnen, haben die wirklich Emotes dann. Also machen eben verschiedene Emotes. Das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schreibt so viel über die Kommentare. Es gibt eine neue Kiste, die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Und natürlich, jetzt habe ich es gespoilert, neue Knives. Wir fangen mal ganz unten an. Die M249 Warbird. Sieht ganz nice aus, so vom Skin her. SCAR 20, Torn. Naja, geht so. Berettas, wer die Berettas mag, vielleicht ganz cooler Skin. Revolver Memento, haut mich jetzt nicht von den Socken. Ist hier so wie ein bisschen, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Aber so einen ähnlichen Skin gibt es irgendwie schon. Zwei Autotacker in einer Case, feiere ich auch nicht so. Keine Ahnung, ist auch nichts so Besonderes. Die sieht ganz cool aus, aber haut mich jetzt auch nicht so richtig vom Socken. Ja, Nova, Bloom, naja. Die sieht noch ganz cool aus, Obsidian, aber wäre ich mal gespannt, wie die in-game aussieht. Und P2000 spiele ich halt auch nicht. Arctic Wolf Orc, naja, ich glaube, der gibt es sogar auch schon so einen ähnlichen Skin. Oder, ich glaube, ich auf der UMP normal, der Arctic Wolf Skin. Ja, die AK, die sieht ganz cool aus, Red Rod. Ich glaube, die ist cool mit so Klebeband und so ein bisschen auf, ja, Red Look halt gemacht eben. Da bin ich mal gespannt, wie die rauskommt in-game. Eine Bison, die sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Aber ja, ja. MP7 Neon Play, ja, sieht so ein bisschen Holz, farbig Holz aus. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Dezimator, die ist, glaube ich, ganz cool auf der Tech-9. Auf der M4 fand ich den Skin immer ein bisschen zu heftig. Too much einfach. Colony IV. Ja, ist ganz cool für so einen SG-Skin, für die ganzen SG-Spieler. Auf jeden Fall cooler Skin. Bloodshot Scout finde ich tatsächlich ziemlich okay. Bin halt auch kein Scout-Spieler, aber es gibt einige Scout-Skins, die ich überhaupt nicht feiere. Aber eine rote Mac-10 Stalker Design und alles feiere ich übertrieben, wobei ich mir unter Stalker irgendwie sowas eben mit Gasmasken und Nuklear, so Stalker-mäßig, also aus dem Background von dem Game Stalker, hätte ich vielleicht mehr gefeiert. Aber hat schon was, auf jeden Fall. Und hier, richtig geil, Containment Breach, wie auch immer, AWP, sieht richtig fett aus. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, weil in der letzten Kiste die Wildfire AWP gefällt, bestimmt mega. Und jetzt kommt hier wieder eine AWP raus, die mir übertrieben gefällt. Ja, ist vielleicht too much. Gucken wir mal. Jetzt kommen die Knives, die neuen. Shattered Webcase, Skeleton Knife, Fade, sieht richtig fett aus. Bin mal, bei mir ist am wichtigsten immer die Animation, also wie er es eben raus hat und wenn man eben F drückt. Nomad Knife, Crimson Web, Survival Knife, Stained, Paracorp Knife, Slaughter. Gibt es jetzt zu jedem Knife wieder die verschiedenen Pattern oder gibt es nur die Knives mit den Pattern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bescheid wisst. Dann gehen wir auf die North Collection. Da gehen wir kurz die Skins durch. Ich will jetzt auch nicht alle Skins extra durchgehen. Das sieht ganz cool aus. Die Deagle sieht, ja, ein bisschen zu heftig, aber es sieht ganz cool aus. P90, das ist alles so strange irgendwie. Mjölnir, Gungir. Hier habe ich schon im Anomali-Video gesehen, die Fire da extrem und vermutlich die neue Medusa. Und dann kommen wir gleich noch zu neuen Dragon Lore. Geben wir hier auch noch Skins zu. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt so wird. Ich meine, keine Ahnung, die Dragon Lore ist halt die Dragon Lore und Medusa ist Medusa. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie ablösen kann. Jo, die Skins, alles nicht so nice. Das sind halt eben die verschiedenen neuen Collections. Ja, die ist ganz cool, muss ich sagen. Wild Wild Lily, die AK. Auch gespannt, wie die in-game aussieht. Ob die too much ist oder ob die ganz cool ist. MP5, ja gut, die reißt mich jetzt nicht vom Rocker. Die ganzen Skins jetzt sind nicht so der Wahnsinn. Sind wir einmal durch oder geht es noch weiter? M4, ja okay. Jetzt sind wir schon durch. Kanals Collection. Irgendwo war noch die andere AWP, die will ich euch noch kurz zeigen. Sonst könnt ihr natürlich die ganzen Skins natürlich auch selber anschauen. Emerald, ja, sieht cool aus, aber ich bin halt auch kein Dual-Barata-Spieler. Die sieht ganz cool aus. Jo, die ist ganz nice. Hier, das soll dann noch Dragon Lore-Ersatz sein. Keine Ahnung, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier kommen neue Stickers. Die, finde ich, sehen echt ganz cool aus. Da bin ich mal gespannt, wie die in-game rauskommen. Neue Graffitis. Ja, ach, da gibt es verschiedene. Okay, I'm dead now. Fahrt. Okay, das ist geil. Ups. Was gibt es noch? Die Knight. Ja, ganz cool. So, jetzt kommen wir zu den Missions. Also es gibt dann die Missions, die werden wir uns gleich noch ingame anschauen. Da muss man sich Sterne verdienen für den Pass quasi, um dann die Geschenke dafür zu bekommen. Wichtiger Aspekt ist hier, dass man sich die Sterne wohl auch kaufen kann. Werden wir gleich mal reingucken, was die so kosten und wie das dann abläuft. Im Prinzip halt einfach Pay to Win. Und Webcoin. Der ist natürlich wieder interessant. Von Bronze zu Diamant. Da muss man eben Sterne sammeln, um an denen dann zu kommen. Beziehungsweise Missions erledigen, um an denen zu kommen. New Missions. Eine Low Gravity Map wird es geben. Also so eine Map auf dem Mars quasi. Sehen wir die hier? Das Studio. Studio. Community Studio. Wo ist die? Ich glaube, die ist das. Also es gibt eine... Ne, die hier ist es auf dem Mars mit Low Gravity für Scout eben. Idee ganz gut. Aber ich habe all dieses Flying Scout noch nie so gespielt. Neue Jungle Map ist, glaube ich, für den Danger Zone Mode. Die sieht auch richtig nice aus. Und die... Ja, müssen wir da mal gucken, was dabei rauskommt. So. How do I earn... Was do I give it stars? You can earn up to 100 Stars enough to earn all the rewards on a track by completing mission. Also man muss die nicht kaufen, um alle Belohnungen zu bekommen. Für 33 Missions kriegt man dann Silver, 66 Missions Gold und alle 100 Missions gibt Diamant. Jetzt würde mich mal interessieren, ob man die Missions quasi auch erledigen kann, indem man Sterne kauft. 100 Stars by completing mission. You can continue to earn rewards by purchasing stars. Also du kannst dann weiterhin noch Belohnungen bekommen, wenn du die Sterne kaufst. Master Agents have unique Cheers and Voices. Das heißt also, diese rote Skin kann eben Emotes machen und hat eine eigene Stimme. Die können in allen Spielmodus und allen Karten angequippt werden. Den Master Agent bekommst du mit 100 Sternen. Okay, also die machen einen Unterschied zwischen 100 Sternen und 100 Missions. Can I play the Missions without a pass? Yes, but you will not receive Operation Rewards. In order to agree with Operation Rewards, you must redeem an Operation Pass to your account. Also du kannst die Operation spielen, bekommst aber keine Belohnungen. Operation Pass week after purchase? Yes. Also du kannst es kaufen und auch verschenken, musst halt eine Woche warten. The Operation will last longer than 16 weeks. A new set of Missions will be unlocked each week for 16 weeks. Also es wird länger als 16 Wochen gehen und jede Woche kommen neue Missions dazu. So, schreibt auf jeden Fall mal schon in die Kommentare, was ihr davon haltet und von den Skins von der Operation General. Von den Skins für den Skin, also eine Haut für die Haut. Bin ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal ingame die ganze Sache noch an. So, willkommen zurück. Hier sieht man jetzt zerfetztes Netz. Wir kaufen jetzt den Pass mal. 13,25 Euro kostet der Pass. Der Premium Pass für Operation zerfetztes Netz gewährt. Ein Aufbewahrer Operations-Mütze Bonus EP sowie exklusive Belohnung für das Abschließen von Missionen. Okay, dann kaufen wir das mal und gucken uns dann an, wie es aussieht. Okay, Gegenstand benutzen. Weiter. Okay, jetzt haben wir hier die abgeschlossenen Missionen 0. 0,5, nächste EP-Boost. Hautnah und persönlich. Virusabbruch. Beschaffen Sie eine Probe der Gefahren zu einem Virus aus dem Phönix-Labor. Okay, auf die Missionen per se will ich jetzt gar nicht so eingehen. Nächste Belohnung gesperrt. Ich habe jetzt hier schon zwei Graffiti-Kollektionen. Oder was? Ne, drei. Gesperrt. Eins eingelöst. Okay, Belohnungen anzeigen. So, hier oben seht ihr die Sterne, welche ihr habt und welche Belohnungen ihr dann jeweils bekommt. Es sind immer mal Kisten dabei. Na ja, gucken wir mal. Graffiti ist also immer so Low-Budget-Belohnungen, so wie das aussieht. Hier mal so eine Pinnadel oder irgendwas. Kollektion Nordisch. Sie brauchen noch einen Stern, dann kriege ich meine Graffiti-Kollektion 2. Okay. Sauber. So, mehr Sterne kaufen. Jetzt höre ich dir mal wissen. Ein Stern, 70 Cent. Zehn Sterne kosten 4,40. Und 100 Sterne kosten 39,50. Also, um die komplette Operation zu fertigen machen, kostet 39,50. Interessant. Okay. Und dann gibt es ja noch weitere Missionen. Okay. Ich werde auf jeden Fall mal, die Missions sind, glaube ich, teilweise Coop. Und wie es halt eben war, könnt ihr euch ja natürlich reinziehen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Operation haltet. Gebt gerne natürlich einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und dann sage ich, ich bin gespannt. Operation war Zeit. Was es mit sich bringt und wie es wird, sagen wir mal. Sehen wir dann. Okay. Vielen Dank für's Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.